Alle Pflanzen überleben bei dir nur mit Sukkulenten und Kakteen. Da gibt's Probleme. Bei dir vertrocknet selbst ein Kaktus. Viele Kommentare erreichen mich, dass Personen gerade mit Sukkulenten und auch Kakteen Probleme haben. Mit diesem Video möchte ich das ändern. Hi, ich bin Glenn. Schön, dass du da bist. In diesem Video verrate ich dir meine elf größten Fehler bei der Pflege von Sukkulenten und Kakteen, damit du sie nicht machen musst. Nach diesem Video wirst du also ganz genau wissen, wie auch du deine Sukkulenten und Kakteen pflegst, damit es endlich bei dir klappt. Unterstützt wird dieses Video übrigens von Compo, aber mehr dazu gleich. Wusstest du eigentlich, dass alle Kakteen auch Sukkulenten sind, aber nicht alle Sukkulenten auch Kakteen? Ich war total erstaunt darüber, als ich das das erste Mal gehört habe. In etwa so erstaunt, wie ich darüber war, dass Kakteen eigentlich gar keine Stachel haben, sondern Dornen. Bei Rosen ist das zum Beispiel andersrum. Rosen haben eigentlich gar keine Dornen, sondern Stachel. Richtig hieße das Märchen also Stachelröschen. Bevor ich dir meine elf Pflegefehler verrate, stelle ich mir aber erstmal die Frage, was ist denn überhaupt eine Sukkulente? Eine Sukkulente ist eine wasserspeichernde Pflanze und du kannst entweder sagen, dass es eine Sukkulente ist, dass die Pflanze Sukkulent ist oder die Pflanze eine Sukkulente Pflanze ist. Alles meint das Gleiche, nämlich dass sie Wasser speichert. Das tut sie entweder in ihren Blättern, im Stamm oder in den Wurzeln, in einer Kombination davon oder einfach überall. Und bei vielen Sukkulenten gibt es häufig eine Zeit mit viel Wasser und dann wenig Wasser, im Allgemeinen einfach wenig Wasser oder Böden, die wenig Wasser speichern. Und genau um das auszugleichen, speichern die Pflanzen Wasser, um mehrere Wochen oder auch Monate ohne Wasser klarzukommen oder das Beste aus dem Wasser zu machen, was ihnen zur Verfügung steht. Jetzt schließe einmal die Augen und denk an eine wasserspeichernde Pflanze. Wahrscheinlich denkst du dir jetzt bei einer wasserspeichernden Pflanze direkt an einen Kaktus. Und jetzt einmal die Augen wieder auf, so wie zum Beispiel an so einen wunderschönen Kaktus. Alle Kakteen zählen zu den wasserspeichernden Pflanzen, sind also Sukkulent und zählen somit zu den Sukkulenten. Genau deswegen schließe ich in diesem Video, wann immer ich Sukkulenten sage, Kakteen auch mit ein. Jetzt bist du in dem Pflanzencenter oder auch Baumarkt, hast eine Sukkulente gefunden, die du toll findest und rüttelst erst einmal an der Pflanze, um festzustellen, dass die Pflanze auch wirklich fest im Topf sitzt, damit keine Wurzeln faulen und hast die Pflanze nochmal rausgehoben, um die Wurzeln ganz genau zu betrachten, damit die auch wirklich richtig gut aussehen. Gemeinsam mit deiner neuen Pflanze kommst du nun nach Hause und machst direkt den ersten großen Fehler, der vielen Sukkulenten sofort einen schlechten Start gibt. Mein Fehler 1 von 11, du topfst deine Sukkulente sofort nach dem Kauf um. Viele Sukkulenten sahen irgendwann mal so aus, wurden dann verschickt und kamen in solchen Boxen an, wurden dann in einem Gewächshaus mit viel Licht großgezüchtet und über den Großhandel an Pflanzencenter, Blumengeschäfte oder auch Baumärkte verkauft. In so einem Geschäft, naja, da stand jetzt deine Pflanze ziemlich lange rum, nur waren die Bedingungen nicht gewächshausähnlich und es gab deutlich weniger Licht. Die Pflanze ist jetzt zu dir gekommen, muss sich daran erst einmal gewöhnen und das, was die Pflanze jetzt überhaupt nicht brauchen kann, ist es, umgetopft zu werden. Lass deine Pflanze erstmal bei dir ankommen und dann stellst du sie an ihren neuen Standort, kannst herausfinden, ob ihr der Standort überhaupt gefällt und wie viel Wasser sie an diesem neuen Standort braucht. Ist der Standort nicht so ideal, dann würde ich sie einfach nochmal umstellen und dabei immer auf die Zeichen der Pflanze achten. Erst wenn du dir sicher bist, dass die Pflanze sich gut bei dir eingelebt hat, dann würde ich sie umtopfen. Dadurch versuchst du zu erreichen, dass du nicht zu viele Sachen auf einmal änderst. Änder erst mal den Standort und das ist dein neues Zuhause. Und erst wenn das erledigt ist, dann kannst du die Pflanze umtopfen. Der häufigste Grund, warum eine Sukkulente sich bei dir noch nicht zurechtfindet, ist, dass sie direkt nach dem Kauf oder wenige Tage nach dem Kauf umgetopft wird und diese kleine Pflanze hatte eine wirklich lange Reise und das Allerwichtigste ist, sie erstmal ganz entspannt ankommen zu lassen, damit sie sich auch gut bei dir zurechtfindet. Aber wo soll ich jetzt meine kleine süße neue Sukkulente überhaupt hinstellen? Mein Fehler Nummer 2. Deine Sukkulente steht zu schattig. Die Glücksfeder und auch der Bogenhanf haben es vorgemacht. Es sind beides sukkulente Pflanzen, denen es aber auch an sehr schattigen Standorten mit der richtigen Pflege noch super gut geht. Und da das ja zwei Sukkulenten sind, holst du dir jetzt neue Pflanzen und überträgst das zum Beispiel auch auf einen Kaktus oder eine andere Sukkulente und stellst die ähnlich schattig wie deine Glücksfeder oder dein Bogenhanf. Was mir immer hilft, wenn ich mir eine neue Pflanze hole oder einfach auch nur eine Pflanze toll finde, ich gucke mir an, wo die eigentlich herkommt und wie sie da wächst. An diesem Ort hier zum Beispiel war die höchste dort lebende Pflanze genau diese hier und obwohl ich im Herbst da war, war es mir schon zu warm. Diese Pflanze verträgt also die volle Dröhnung Sonnenlicht. Auch diese drei Bilder zeigen dir Pflanzen, die in ihrem natürlichen Lebensraum die höchst lebenden Pflanzen sind, also ebenfalls sehr viel Sonnenlicht vertragen und anderen Pflanzen sogar Schatten spenden. Gerade am letzten Bild kannst du genau sehen, wie das Konzept einer Nurse Plant, also einer Ammenpflanze funktioniert und so eine Ammenpflanze einen Lebensraum, der sonst schwierig ist, für andere Pflanzen einfacher gestaltet. Wenn du ganz genau hinsiehst, siehst du nämlich unter der Ammenpflanze auch noch viele kleine andere Pflanzen, die dank der Ammenpflanze an wenigen Stunden am Tag Schatten erhalten. Aber selbst im Schatten von so einer Ammenpflanze gibt es häufig mehr Licht als in einem Zuhause hinter einer Fensterscheibe. Worauf ich damit überhaupt hinaus will. Die meisten Sukkulenten Pflanzen sind an Standorte angepasst, die wirklich extrem sind und die für dich und für mich viel zu warm oder zwischenzeitlich echt unangenehm werden könnten. Sie bekommen viel Licht in der freien Natur und das ist häufig viel mehr Licht, als du in deinem Zuhause deiner Pflanze bieten kannst. Es geht also darum, einen Standort zu finden, der deiner Pflanze so viel Licht wie möglich ermöglicht. Willst du einen Standort ohne Sonnenstrahlen, wird deine Pflanze gestreckt wachsen, was sich Geilwuchs nennt und nie so schön aussehen wie diese Agave hier. Wenn deine Pflanze hinter einer Fensterscheibe wächst, kannst du sie übrigens auch direkt hinter dem Fenster platzieren. Ich habe meine Pflanzen dabei sortiert und zeig dir das mal am Beispiel von den Pflanzen direkt neben mir, hier auf dieser Fensterbank. Stell dir mal vor, du bist jetzt ein Fenster und du bist das Fenster direkt neben mir, denn so kann ich dir ideal beschreiben, wie ich meine Pflanzen sortiere und ich habe sie dabei in drei Reihen aufgeteilt. Hier bist du, also hier bist du als Fenster und das ist die Reihe 1, also die Fensterbank. Hier habe ich Pflanzen platziert, die den ganzen Tag über Sonne bekommen und links und rechts wachsen dann noch Pflanzen, die entweder morgens oder abends Sonne bekommen und im natürlichen Lebensraum von anderen Pflanzen bedeckt werden, aber trotzdem sukkulent sind. Reihe 2 ist dann ein Holzbrett, welches ich auf meine Heizung gefestigt habe und auch hier wachsen höher werdende Sukkulenten, die viel Sonne bekommen. Dahinter stelle ich dann auf einer Holzbank, die steht ja immer direkt neben mir und da sind Pflanzen drauf, an denen ich mich gern mal piekse, höher werdende Sukkulenten und hier stehen dann immer die höchsten Sukkulenten und ich habe das jetzt mal beispielhaft für dich so drapiert, dass du ganz genau sehen kannst, dass mit dieser Aufteilung die Pflanzen so viel Licht wie möglich bekommen. Die Pflanzen sind auf der Fensterbank, dem Holzbrett und der Holzbank nach Standorten sortiert, mittig die, die am meisten Licht brauchen, links und rechts die, die auch ein bisschen Schatten abkönnen und dann sind sie auch noch nach Größe sortiert, ganz vorne bei dir am Fenster. Die kleinsten Pflanzen, mittelhohe Pflanzen und dann entweder die höchstwachsenden Pflanzen, also die, die schon ein bisschen größer sind, oder kleinere Pflanzen, die ich dann mit der Hilfe von Töpfen einfach ein bisschen erhöht habe, so wie die hier zum Beispiel, die ist ziemlich klein und darunter befindet sich ein Topf, damit sie ein bisschen erhöht ist und somit mehr Licht bekommt. Innerhalb dieser Ebenen verschiebe ich die Pflanzen auch mal, kann ja zum Beispiel sein, dass dieses Aloe Dendron hier auf einmal richtig in die Höhe schießt und diesen Drachenbaum hier verdeckt, dann würde ich zum Beispiel beide Pflanzen tauschen, damit diese Pflanze ein bisschen niedriger ist und somit mehr Licht bekommt und die höher wachsende Pflanze, die niedrige, nicht verdeckt. Für dich als Fenster ist das jetzt gerade ideal, denn du hast die beste Aussicht, du siehst sie wunderschön sortiert, aber für mich ist das nicht so ideal, denn ich laufe ja eher hier so vorbei und ich sehe immer die Pflanzen quasi von der Rückseite und immer auch nur die höchsten. Die niedrigeren sehe ich fast nur beim Gießen, hat aber den Vorteil, dass die Pflanzen halt einen super guten Standort bekommen und bei vielen Leuten sehe ich zum Beispiel, dass die Pflanzen so sortiert werden, wie sie am besten in der Wohnung sind, aber häufiger macht es Sinn, das Ganze dann einmal umzudrehen, wo häufig das, was du am schönsten findest, umgekehrt genau für die Pflanzen richtig wäre. Wie gefällt dir dieses Video eigentlich bisher? Ein Abo und auch ein Daumen hoch unterstützen meinen Kanal wirklich sehr. Es sind für dich wenige Klicks, die mir jedoch helfen, wöchentlich neue Videos zu machen und wenn auch du eine Person kennst, bei der es mit Sukkulenten noch nicht so gut läuft, dann teile doch dieses Video mit dieser pflanzenliebenden Person. Hast du einen Balkon, Garten oder auch eine Fensterbank draußen, dann kannst du deine Sukkulenten nach dem Frost übrigens auch alle rausstellen. Hierbei ist übrigens der häufigste Fehler, dass die Pflanzen einfach so rausgestellt werden und wenn du zum Beispiel nach dem Winter im Frühling an einem sonnigen Tag nach draußen gehst, würdest du ja wahrscheinlich Sonnenschutz tragen, oder? Deine Pflanzen haben so natürlichen Sonnenschutz, den verlieren sie jedoch hinter so einer Fensterscheibe, können den aber wieder aufbauen, weshalb du deine Pflanzen ganz langsam an das Sonnenlicht gewöhnen möchtest. Genau während ich das hier gerade sage, gewöhne ich meine Pflanzen übrigens gerade an das Sonnenlicht. Ich habe immer so zwischen drei und vier Kisten mit sukkulenten Pflanzen, die ich gerade an das Sonnenlicht gewöhne und ich zeige dir mal eine davon. Da stehen die dann zum Beispiel drin. Frag mich nicht, wo ich diese Kiste her habe. Ich weiß es auch nicht. Für dich ist es vielleicht ein Einkaufskorb. Für mich ist es eine Kiste, die ich super leicht hin und her tragen kann und das macht den ganzen Prozess für mich viel leichter, denn ich kann einfach die Pflanze an das Sonnenlicht gewöhnen und dann zwischenzeitlich wieder reinstellen, denn ich mache das Ganze so, dass ich die Pflanzen an Tag 1 für 10 Minuten ins Sonnenlicht stelle und dann wieder ins Wohnzimmer stelle. An Tag 2 sind es 20 Minuten, an Tag 3 30 Minuten und ab Tag 4, wenn es den Pflanzen gut geht, stelle ich sie täglich für 30 weitere Minuten auf den Balkon. Nach ihrem Sonnenbad hole ich übrigens die Pflanzen nicht aus den Kisten raus und stelle die wieder ins Winterquartier, um sie dann am nächsten Tag wieder in die Kiste zu sortieren und wieder in die Sonne zu stellen. Ich lasse die in den Kisten, lasse die Kisten im Wohnzimmer stehen. So ist es für mich am praktischsten und wenn die Pflanzen aus diesen Kisten ans Sonnenlicht gewöhnt sind, dann sind die nächsten Pflanzen dran. Achte dabei ganz genau auf deine Pflanzen, wenn du zum Beispiel an Tag 2 nach 20 Minuten Sonnenband siehst, oh, da ist eine Verbrennung, dann würde ich jetzt erstmal nur mit weiteren 10 Minuten weitermachen, bis sich die Pflanze langsam dran gewöhnt und nicht dann an Tag 4 beispielsweise die Pflanze für eine Stunde ins Sonnenlicht stellen. Guck, wie es deinen Pflanzen geht. Sind keine Verbrennungsspuren an den Pflanzen dran, kannst du die Zeit erhöhen. Falls du dich übrigens fragst, wie viele Stunden an Tag 7 die Pflanzen in der Sonne verbringen, sind an Tag 1 jetzt 10 Minuten, Tag 2 20 Minuten, Tag 3 30 Minuten, an Tag 4 ist es eine Stunde, danach eine Stunde 30, zwei Stunden, zwei Stunden 30, an Tag 7 sind also die Pflanzen für zwei Stunden und 30 Minuten in der Sonne und ich stelle mir dafür immer einen Timer. Das mag jetzt vielleicht auf den ersten Eindruck ein bisschen aufwendig klingen, aber im Endeffekt vermeidest du damit Verbrennungsspuren, denn angenommen, ich stelle jetzt diese Pflanze einfach raus und die hat auf der gesamten Seite hier Verbrennungsspuren, dann würde ich das für den Rest des Lebens der Pflanze sehen und würde es sehr bereuen, denn es wäre schade, wenn die Pflanze diese Verbrennungsspuren für immer hat. Jedes Mal, wenn ich es nicht gemacht habe, vielleicht hatte ich keine Zeit oder ich war einfach zu faul, dann habe ich es wirklich immer im Nachhinein bereut, deswegen gewöhne ich sie ganz langsam jedes Jahr ans Sonnenlicht. Angenommen, du sagst jetzt nach einer Woche, jo, die Pflanzen, die sind bereit, die können im Sonnenlicht bleiben, dann kannst du die natürlich auch draußen stehen lassen, räum aber deinen Pflanzen bis zu zwei Wochen Zeit ein, damit sie ganz allmählich Zeit haben, sich ans Sonnenlicht zu gewöhnen, um ihren natürlichen Sonnenschutz wieder richtig gut aufzutragen. Okay, mit einer neuen Pflanze bist du jetzt super entspannt, topfst sie erstmal nicht um, sondern lässt sie sich an den neuen Standort gewöhnen und gibst ihr einen Standort mit richtig vielen Sonnenstrahlen. Weißt du aber, was so eine Sukkulente überhaupt nicht mag? Fehler Nummer 3 von 11, deine Sukkulente bekommt zu wenig Wasser. Richtig oft habe ich schon den Satz gehört, bei mir vertrocknen selbst Kakteen und es klingt auch erstmal gegensätzlich zu der Aussage, dass wasserspeichernde Pflanzen ja Wasser speichern und dann viel mehr Wasser benötigen, aber so ein Kaktus hat zum Beispiel in der freien Natur ein deutlich ausgeprägteres Wurzelwerk und kann dort viel Wasser speichern. So ein Topf ist schon eine deutliche Begrenzung. Mit deinen Wassergaben gleichst du das kleinere Wurzelsystem bei so einer wasserspeichernden Pflanze aus, um dafür zu sorgen, dass deine Pflanze ausreichend Wasser bekommt. Auf meinem Balkon heißt das zum Beispiel, dass meine Pflanzen zwei bis drei Mal pro Woche Wasser bekommen. Regnet es mehrere Tage, kriegen meine Pflanzen entsprechend mehr Wasser, das macht ihnen aber überhaupt nichts, damit kommen die klar. In meiner Wohnung hingegen, je nach Standort, Topfgröße oder auch Substrat, kriegen meine Pflanzen alle ein bis zwei Wochen Wasser. Aber wann braucht denn jetzt deine Pflanze Wasser? Wenn du deine Pflanze ganz genau beobachtest, wird sie dir verraten, wie es gerade so mit deinen Wassergaben läuft. Hier mal drei Beispiele, denn diese drei Pflanzen stehen direkt am Fenster und zeigen mir ganz genau, ob sie eigentlich gerade Wasser brauchen oder nicht. Diese Euphorbia hier zum Beispiel ganz rechts, die zeigt mir mit ihren Blättern, ob ich sie ausreichend gieße. Hat die Pflanze Blätter, dann gieße ich ausreichend. Wenn die Blätter aber vertrocknen oder schrumpelig werden, dann muss ich ein bisschen öfter gießen. Die Pflanze hat jetzt zum Beispiel Blätter an dem einen Trieb und an anderen Trieben nicht. Das heißt, ich könnte sie gleichmäßiger gießen. Diese Pflanze hier zeigt mir vom Aussehen erst einmal gar nicht, ob sie Wasser braucht. Allerdings, wenn ich sie dann gieße, dann ist sie wie so ein kleiner Strohhalm und schlürft das ganze Wasser weg. Dadurch, dass sie aus dem Untersetzer das ganze Wasser wegschlürft, weiß ich, dass ich sie hätte mehr gießen können, denn kein Wasser bleibt im Untersetzer zurück, wenn ich sie mal gieße. Dieser wunderschöne Spiralkaktus hier in der Mitte, der ist auch ein kleiner Strohhalm. Denn erst einmal würde der mir gar nicht zeigen, dass der Wasser braucht und schlürft einen ganzen Untersetzer leer. Allerdings, wenn ich dann mal länger vergesse, die Pflanze zu gießen, dann würde sie schrumpelig werden und dann wüsste ich, okay, die hier braucht auf jeden Fall auch Wasser. Je nach Art können die Zeichen deiner Pflanze abweichen und mit diesen drei Beispielen möchte ich dir zeigen, dass die Zeichen, die dir deine Pflanze zeigt, ganz unterschiedlich sein können. Du musst nur lernen, die Zeichen deiner Pflanze zu lesen und schon kriegt sie immer ausreichend Wasser von dir. Was ich dir übrigens empfehlen würde, hol dir einfach auch so eine Euphorbia mit Blättern, denn wenn du zum Beispiel ähnliche Bedingungen hast bei den sukkulenten Pflanzen zu Hause, dann könntest du diese Euphorbia als Anzeigerpflanze nehmen, denn wenn die immer Blätter hat, werden auch all deine anderen Pflanzen ausreichend mit Wasser versorgt sein. Die Euphorbia kann übrigens auch alle ihre Blätter ganz dramatisch abwerfen oder vertrocknen lassen. Spätestens dann weiß ich, die braucht auf jeden Fall Wasser und wahrscheinlich auch die anderen Pflanzen mit dem ähnlichen Standort auch. Ich gieße sie also alle und wenn dann die Euphorbia wieder Blätter hat, geht es auch den anderen Pflanzen gut. Ich nutze die Pflanze also als lebenden Wasserstandsanzeiger. Hat deine sukkulente übrigens Blätter, wie zum Beispiel diese Geisterpflanze hier, dann achte beim Gießen darauf, dass du die Blätter nicht nass machst. Sukkulenten in deiner Wohnung mögen das überhaupt nicht, sofern du nicht ausreichend Luftzirkulationen hast. Angenommen, du hast ausreichend Luftzirkulationen oder deine Pflanze steht zum Beispiel auch draußen, dann macht das der Pflanze auf einmal gar nichts mehr aus, denn dann gibt es ja Wind. Diese Pflanze hier zum Beispiel, die kann ich aktuell nur tauchend wässern, denn ich kann sie nicht gießen, ohne ein Blatt nass zu machen. Gerade beim Gießen deiner Pflanze gibt es zwei Fehler, die du ganz leicht beheben kannst, davor aber noch ein Fehler, der oft zum Problem wird. Und bevor ich dir das verrate, welche Fehler hast du denn schon mit deinen Sukkulenten gemacht? Schreib es gerne mal in die Kommentare und lass uns gemeinsam motivieren, aus unseren Fehlern zu lernen. Weiter geht es mit Fehler Nummer 4. Du hältst deine Sukkulenten dauerhaft in Kunststofftöpfen. Kunststofftöpfe sind nicht durchlässig und halten viel Feuchtigkeit in der Erde, lassen diese also nicht so schnell trocknen, wie zum Beispiel ein unglasierter Tontopf. In der freien Natur gibt es keine anhaltende Feuchtigkeit bei den Sukkulenten und somit sind die Pflanzenwurzeln auch nicht daran angepasst und nehmen Schaden, wenn sie dauerhaft feucht sind. Gib deiner Pflanze also auf jeden Fall einen unglasierten Tontopf und achte darauf, dass dein Topf ein Loch hat, denn so kann überschüssiges Wasser ideal abfließen und sammelt sich nicht im Topf. Du kannst deiner Pflanze auch einen Topf ohne Loch geben, aber hier musst du wirklich die Wassermenge ganz genau kennen, die deine Pflanze tatsächlich braucht und das macht es auf jeden Fall schwieriger. Damit nichts schief läuft, würde ich dir immer zu einem Tontopf mit Loch raten und dann stellst du deine Pflanze auf einen Untersetzer. Auf dem Balkon lasse ich die Untersetzer hingegen weg, denn wenn es mal regnet, sammelt sich somit kein Wasser an. So ein Terrakottatopf belüftet übrigens zusätzlich das Substrat und gibt schweren Pflanzen halt. Jetzt aber wieder zurück zum Gießen, denn gerade bei einem Untersetzer oder auch bei einem Übertopf kann eine Sache ganz schnell schief laufen. Fehler Nummer 5 von 11. Du leerst das Wasser aus dem Untersetzer oder Übertopf nicht. Du gießt deine Pflanze schön kreisförmig und ganz langsam, damit sich auch wirklich das ganze Substrat vollsaugen kann. Dann kommt das Wasser aus dem Topf raus, sammelt sich im Untersetzer oder Übertopf und dann machst du nichts. Damit die Wurzeln deiner Pflanze langfristig gesund bleiben, sollte kein Wasser länger als 30 Minuten im Untersetzer oder Übertopf verbleiben. Du kannst deiner Pflanze Zeit einräumen, das Wasser nochmal aufzusaugen, aber räum ihr nicht zu viel Zeit ein und schüttest dann irgendwann weg. Sonst faulen dir nämlich die Wurzeln und wenn du dich fragst, ob die Wurzeln deiner Pflanze faulen, dann wackel mal an deiner Pflanze. Das kannst du auch regelmäßig tun und wirst dann wahrscheinlich sehen, dass deine Pflanze ganz fest im Topf sitzt. Wenn dann deine Pflanze auf einmal hier unten im Topf anfängt zu wackeln, dann faulen die Wurzeln ab, die deiner Pflanze sonst halt geben und deine Pflanze hat wahrscheinlich Wurzelfäulnis. Topfe deine Pflanze dann auf jeden Fall um. Worin? Das verrate ich dir gleich. Erst einmal kommt nämlich noch der zweite Tipp zum Gießen. Fehler Nummer 6. Du düngst deine Pflanze nicht. Laub, das gibt es ja in wüstenähnlichen Landschaften nicht. Oder? Häufig schätzen wir ja alles, was wüstenähnlich ist, eher als leblos ein, aber gerade in schwierigen Lebensräumen bilden sich ganz einzigartige und wunderschöne Arten. Selbst in Wüsten brummt also das Leben. Es gibt also auch in wüstenähnlichen Landschaften Nährstoffkreisläufe. Die gibt es aber jetzt nicht in deinem Topf. Und genau da kommst du ins Spiel. Zum Düngen meiner Sukkulenten und Kakteen verwende ich schon immer diesen Dünger bei hälftiger Dosierung, aufgeteilt auf meine Gießhäufigkeit. Auf 2 Liter Wasser verwende ich also 3 Milliliter von diesem Dünger wöchentlich. Muss ich häufiger als einmal die Woche gießen, dann verwende ich einmal den Dünger und bei dem anderen Gießen verwende ich dann nur Leitungswasser oder Leitungswasser gemischt mit dem Wasser aus meinem Raumentfeuchter. Den Dünger packe ich dir aber auch nochmal in die Videobeschreibung. Organische Dünger, die verwende ich übrigens bei Sukkulenten Pflanzen nicht, denn gerade bei Sukkulenten Pflanzen trocknet die Erde oder auch das Substrat teilweise vollständig, somit gibt es kaum Bodenleben. Das bräuchtest du jedoch, damit der organische Dünger in eine für die Pflanze nutzbare Form gebracht wird. Nimm also einfach direkt einen mineralischen Dünger wie diesen hier, damit alle Nährstoffe deiner Pflanze sofort zur Verfügung stehen. Inzwischen fühlst du dich bestimmt richtig bereit für deine nächste Sukkulente, hast einen tollen Standort gefunden und gibst deiner Pflanze einen Tontopf. Aber worin wir denn deine Pflanze wohnen und was kann denn da noch schieflaufen? Fehler Nummer 7 von 11. Du setzt deine Sukkulente in eine handelsübliche Blumenerde. Schau dir nochmal dieses Bild hier an. Kannst du auf dem Bild vielleicht Torf erkennen? Oder eine handelsübliche Blumenerde? Die Erde ist dort vielmehr Sand, gemischt mit Steinen und einem Hauch von Pflanzenresten. Und genau deswegen solltest du beim Umtopfen deiner Sukkulente die Erde, in der sie dir verkauft wurde, entfernen. Die Erde, in der sie dir nämlich verkauft wurde, die ist ausgelegt auf so ein Gewächshaus mit wirklich idealen Bedingungen. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass du nicht in so einem Gewächshaus wohnst. Und genau deswegen machst du die Erde ab und wählst ein Substrat, was viel ähnlicher dem ist, worin die Pflanze in ihrem natürlichen Lebensraum wächst. Je nachdem, wie jetzt die Bedingungen bei dir sind, kann ich dir drei verschiedene Substrate empfehlen. Ich habe sie dir mal nach der Fähigkeit sortiert, Wasser zu speichern. Meine Variante 1 ist eine torffreie Erde für Sukkulenten und Kakteen, gemischt mit Bims. Bims für Pflanzen gibt es noch nicht allzu lange einfach zu bekommen, aber in Ancombo gibt es inzwischen Bims in fast jedem Pflanzencenter oder Baumarkt zu kaufen. Und du kannst entweder diesen groben Bims hier nehmen, das Granoplant Drainage und Pflanzgranulat, oder den feinen Bims, also das Granoplant Indoor-Pflanzgranulat. Bims bringt Hohlräume in die Erde und beugt Probleme mit Pflanzenwurzeln ideal vor. Nimm einfach auf ein Teil torffreie Sukkulenten- und Kakteenerde zwei Teile Bims, was dann so aussieht. Ob du groben oder feinen Bims verwendest, das kannst du entscheiden. Ich finde eine Mischung aus beiden persönlich am schönsten. Bei Variante 2 verwendest du nur Bims. Wenn du die schon von Erde als Substrat trennen kannst, dann ist Variante 2 für dich bestens geeignet. Hierbei verwendest du nur das Granoplant Indoor-Pflanzgranulat und wirklich nur das. Ich verwende das zum Beispiel super gerne für meine String of Hearts, für meine String of Pearls oder auch für die Anzucht meiner Sukkulenten, Kakteen und auch Hoyers. Das Granoplant Indoor-Pflanzgranulat, das gibt es in drei verschiedenen Größen. Da ist also auch auf jeden Fall was für dich mit dabei. Die Links findest du wie immer in der Videobeschreibung. Variante 3 ist mein Mix für Sukkulenten und Kakteen. Und wenn du meine Videos schon kennst, dann weißt du, dass ich viele meiner Substrate selber mische. So halt auch mein Mix für Sukkulenten und Kakteen, für welche er bestens geeignet ist. Mein Substratmix ist allerdings sehr grob. Gewöhn dich also an das andere Gießen, denn Wasser läuft durch die grobe Struktur sehr schnell ab. Du musst also sehr langsam gießen und dann wirst du immer Wasser im Untersetzer haben. Aber deinen Pflanzen geht es damit richtig gut. Variante 2 und auch 3 sind daher meine bevorzugten Varianten. Gießt du deine Pflanzen sehr gerne, weil das für dich eine Form von Liebe zeigen ist, dann verwende eher ein Substrat, welches wenig Wasser speichert. Also Variante 2 und 3. Vertrocknen bei dir selbst Kakteen, dann möchtest du ein Substrat wählen, was eher mehr Wasser speichert. Also Variante 1. Ist es bei dir sehr sonnig, kannst du trotzdem ein durchlässiges Substrat nehmen, gießt dann einfach nur entsprechend mehr durchlässiges Substrat. Das sind Variante 2 und 3. Oder du wählst direkt ein Substrat, was mehr Wasser speichert. Also Variante 1. Du siehst also, es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, die alle richtig sind, die sich ideal an deine Bedingungen anpassen lassen. Und was machst du nun, wenn deine sukkulente Pflanze mal Schädlinge hat? Denn ja, auch ein Kaktus, der kann Schädlinge bekommen. Fehler Nummer 8. Du behandelst Schädlinge bei deinen sukkulenten Pflanzen mit Seifen oder auch Ölen. Am häufigsten treten bei Sukkulenten und Kakteen Wollläuse und auch Spinnmilben auf. Blattsukulenten können zusätzlich sogar noch Tripse bekommen und ein Kaktus. Bei dem sind Schädlinge auch noch möglich. Hatte ich leider alles schon. Wenn du die Schädlinge behandeln möchtest, würde ich dir im Allgemeinen von der Verwendung von Seifen abraten und mich bei Sukkulenten immer für eine ölfreie Alternative entscheiden. Leider sind damit viele Mittel, die natürlichen Ursprungs sind, wie zum Beispiel Rapsöl oder Niemöl enthaltene Mittel, raus. Viele Sukkulenten reagieren überhaupt nicht gut darauf, wenn du die mit Öl einsprühst oder die Pflanzenwurzeln mit Öl behandelst, also die Erde. Deswegen würde ich dir auf jeden Fall davon abraten und gerade bei Sukkulenten, die auch Blätter bekommen, können die Blätter verloren gehen und da die ja jetzt nicht so viele Blätter bekommen, würde ich versuchen, die auf jeden Fall zu behalten. Wollläuse entferne ich übrigens am allerliebsten bei meinen Sukkulenten mit einem Wattestäbchen. Das tränke ich in Alkohol und wische dann die Wollläuse weg. Achte nur darauf, dass du häufig genug dein Wattestäbchen wegsitzt, damit du jetzt nicht aus Versehen die Wollläuse überall in deiner Pflanze verteilst. Bei Sukkulenten und auch Kakteen verwende ich am liebsten sprühenangewandte Mittel, die den Wirkstoff vom Niemöl enthalten, aber nicht das Öl an sich. Oder noch ein anderes Mittel, du findest beide in der Videobeschreibung. Beachte hierbei auf jeden Fall immer die Herstellerangaben und bedenke, dass deine Sukkulente am ehesten im Winter Schädlinge bekommt und so schnell wie möglich nach der Behandlung trocknen möchte. Im Sommer könnte ich jetzt meine Pflanze einfach auf den Balkon stellen. Im Winter ist das nicht so einfach. Ein Fenster öffnen wird da ziemlich schwierig, denn draußen ist es kalt und das mag deine Pflanze vielleicht nicht. Du kannst deine Pflanze also entweder in die Nähe einer Heizung stellen, ohne dass die Pflanze an die Heizung kommt, oder du fönst sie kalt trocken. Wo ich beim Thema Winter bin, passt der neunte Fehler wirklich perfekt. Deine Pflanze kriegt im Winter nicht genug Licht. Wenn bei uns Winter ist, heißt das häufig, dass es weniger Licht gibt, aber bei so einer Sukkulenten Pflanze ist dann gerade, wenn bei uns Winter ist, eigentlich Sommer oder es gibt gerade mehr Regen. Ist im Winter der Standort deiner Sukkulente immer noch der lichtreichste Ort, dann lass deine Pflanze auf jeden Fall da stehen. Aber wenn es noch andere Standorte in deiner Wohnung gibt, die deiner Pflanze vielleicht mehr Licht schenken könnten, dann stell deine Pflanze auf jeden Fall um und versuche deiner Pflanze so viel Licht wie möglich im Winter zu geben. Gerade im Winter ist es in meiner Wohnung immer richtig voll, was Pflanzen betrifft. Und damit auch alle Pflanzen, die im Sommer sonst auf dem Balkon sind, im Winter ausreichend Licht bekommen, kommen meine Sukkulenten unter Pflanzenlampen, die für 14 Stunden am Tag an sind. Da ich alle meine Sukkulenten warm überwintere und ihnen ausreichend Licht gebe, brauchen sie auch Wasser und es ist mir wirklich am häufigsten passiert, dass mir meine Sukkulenten im Winter vertrocknen, gerade dann, wenn ich gedacht habe, jetzt brauchen sie doch bestimmt so wenig Wasser wie möglich. Je nachdem, ob deine Pflanze viel oder wenig Licht von dir bekommt, passt du dann auch noch die Düngermenge an. Häufig bedeutet das dann bei Sukkulenten, dass sie gar keinen Dünger mehr bekommen. Häufig sehe ich, dass Pflanzen viel zu dunkel überwintert werden, dann noch mit zu viel Wasser und auch noch Dünger. Das führt zu Geilwuchs, also einem zu gestreckten Wuchs. Dem könntest du mit viel Licht vorbeugen. Denk also auf jeden Fall an das Gießen deiner Sukkulenten. Wenn du deine Pflanzen warm und mit Licht überwinterst, lass halt einfach nur den Dünger weg, damit kein Geilwuchs entsteht. Ich selbst überwinter meine Sukkulenten nicht kalt. Ich habe keinen Standort dafür. Wenn du das machst, schreib gerne mal in die Kommentare, wie du es machst. Wie eine wunderschöne Kaktusblüte ist deine Liebe zu Sukkulenten und Kakteen am Erblühen und du willst deine ganze Wohnung mit wunderschönen Sukkulenten füllen und sie dann auch noch vermehren. Und das ist mein vorletzter Fehler, denn bei der Vermehrung von Sukkulenten lässt du deine Stecklinge nicht antrocknen. Die größten Vermehrungserfolge wirst du erzielen, weil du deine Sukkulentenpflanzen kurz antrocknen lässt. Bei der String of Heart sind es wenige Stunden, bei einem Säulenkaktus hingegen, da kannst du nach dem Schneiden des Stecklings schon mal ein bis zwei Monate warten, damit es auch wirklich gut angetrocknet ist und Fäulnis gut vorgebeugt ist. Bei anderen Arten wartest du einen Tag, bei manchen eine Woche, bei anderen einen Monat. Durch das richtige Antrocknen beugst du Fäulnis ideal vor und wenn sich keine Fäulnis entwickelt, erhöhst du deine Wahrscheinlichkeit, erfolgreich Stecklinge zu vermehren. Bring dabei aber auf jeden Fall ein bisschen Geduld mit, denn das kann schon mal dauern und dann wässerst du den Steckling auch schon, also das Substrat, auch wenn der Steckling noch gar keine Wurzeln geschlagen hat. Und das klappt bei mir wirklich richtig gut. Häufig gleiche ich übrigens ein Antrocknen damit aus, dass ich den Steckling zunächst in ein trockenes Substrat setze und dann zum Beispiel erst in einer Woche das erste Mal gieße. Somit hat der Steckling ausreichend Zeit gehabt, an der Schnittstelle wirklich gut zu trocknen und kriegt dann ausreichend Wasser, wenn er es wieder braucht. Der letzte Fehler ist mein Lieblingsfehler, denn es ist einer, den ich wirklich oft und gerne mache und der betrifft insbesondere Blatt-Sukulenten und dieser Fehler ist, dass du deine Blatt-Sukulenten zu oft anfährst. Gerade wenn du deine Blatt-Sukulenten über Blattstecklinge vermehrst, indem du die Blätter entfernst oder einfach nur, weil du die Pflanze so unglaublich schön findest, fährst du die ganze Zeit die Blätter an und was ich ganz lange nicht wusste, ist, dass du damit die Schutzschicht des Blattes entfernst, womit sie sich vor Sonnenstrahlen schützen kann. Bei manchen Sukulenten ist es fast sogar so, als würdest du beim Anfassen einen Fingerabdruck auf dem Blatt hinterlassen. Das sieht zwar cool aus, die Pflanze findet das aber jetzt nicht so cool, denn die hätte ungern deinen Fingerabdruck auf ihrem Blatt. Die Sukkulente hat ja diese Schutzschicht nicht, damit du deinen bleibenden Eindruck hinterlässt, sondern um sich vom Sonnenlicht zu schützen. Versuche also bei der Vermehrung oder beim Umtopfen möglichst nur ein Blatt anzufassen. Nachdem du diese elf Fehler vermeidest, wirst du definitiv neue, dornige Lieblingspflanzen haben. Teile auch gerne deine Pflegefehler in den Kommentaren und lass uns gemeinsam darüber schmunzeln. Hast du Lust, mit mir gemeinsam Sukkulenten umzutopfen? Dann sieh dir gerne direkt das nächste Video an, in welchem ich gemeinsam mit dir Sukkulenten umtopfe und deine Fragen beantworte. Lass aber vorher noch ein Abo und auch einen Daumen hoch da, denn das unterstützt meinen Kanal wirklich sehr. Bis gleich im nächsten Video. Ciao. Kakao. Kakao. Kakao.